Willkommen zurück bei Paper Mario. Wir stürzen uns heute exzessiv ins Abenteuer. Denn wir haben jetzt den Hammer, wir haben Gumbario und ähm... Ja, der Weg ist frei, sollte man meinen. Also wir hauen ihn uns jetzt frei. Zack. So geht das. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überlege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Oh, warte noch, Mario. Mir ist aufgefallen, dass du den Orden noch nicht trägst, den Gumpa dir gegeben hat. Der Orden hat keinen Nutzen, wenn du ihn nicht trägst. Da sagt der arme Kerl, einmal hau dir und dann kriegt er von mir gleich so einen Akzent verpasst. Ah. Oh, Mann. Dialekt, Akzent, was auch immer. Du solltest ihn besser anlegen, bevor du dich auf den Weg machst. Ah. Ja, Orden. Alles klar. Was ist hier? Vorsicht vor Gumbas! Ah! Ah! Der ist echt! Oh Gott. Oh Gott, der ist echt! Hey Mario, während deines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nur nicht, okay? Ja, ja, okay. Kopfnuss. Die zieht ja nur eins ab. Äh. Wie viel zieht denn der Sprung ab? Achso, Sprung oder Powersprung. Und Blütenpunkte habe ich fünf von fünf und kostet zwei. Ne, der einfache Sprung reicht ja, um den den Gar auszumachen. Gumbas haben ja nur zwei KP. Dort konnten wir ja schon in Erfahrung bringen. Ah! Erster Griff. Erfolgreich. Oh Gott, das sind zwei. Dann haue ich mal auf den drauf. Der ist dann direkt hinüber. Und er setzt dann die Kopfnuss den ein. Dann kommen die nicht mal dazu, uns anzugreifen. So, und dann kriegen wir direkt vier Sternpunkte. Wenn das mal nix ist. Und wir kriegen einen Blütenpunkt. Yay! Wah! Erster Griff. Erfolgreich. Schon wieder zwei. Meine Güte. Dann machen wir die gleiche Taktik nochmal, wie eben. So. Und dann haben wir es auch schon hinter uns gebracht. Boah, ich finde das... Dieses Kampfsystem irgendwie voll geil. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt's. I like. I like sehr. Ah, jetzt fang ich auch schon an mit diesem I like. So eine YouTuber-Krankheit. Nicht nur im Let's Play-Bereich, sondern auch im Kosmetik-Bereich. Da bin ich ja als Frau leider nicht von befreit. Im Gegensatz zu den Männern. Ah, ich muss ja da hinspringen. Ach, erledige ich den gleich am besten. Ja, ich gucke mir sehr häufig Kosmetik-Videos an. Die haben meistens sogar im Titel stehen. I like, keine Ahnung, August. Oder I like im September oder sowas. Das dürften den weiblichen Zuschauerinnen bekannt vorkommen. Je nachdem. Ob sie sowas gucken oder nicht. Ich guck's. Die Männer, denke ich mal, nicht. Braucht ihr auch nicht. Ist uninteressant für euch. Hm, wir haben keinen Dings mehr. Hau ich dem da hinten mal eins auf den Deckel? Oh, ich weiß nicht, ob das mit der Kopfnuss so eine gute Idee ist bei dem Stachelfieh. Ich mach's einfach mal. Nein, war keine gute Idee. Mein Partner kann sich nicht bewegen. Super. Das war wirklich keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ähm. So. Ach, er ist schon hinüber. Das hätten wir aber auch gleich erledigen können. Ich hab ganz vergessen, dass wir ja, ähm, den ersten Griff bei ihm gelandet hatten. Ach, ich bin so vergesslich. So, fünf Sternpunkte. Boah, das Aufsteigen im Level dauert aber auch echt lange. Ah, wir kriegen einen KP und einen BP. Was ist das? Tu mir nichts, Orden. In diesem... In einem Notfall gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Den legen wir gleich mal an. Wir können ja bis zu drei Orden anlegen, wenn ich das richtig... Ja. Bis zu drei. Halt im Moment. Nachdem, wie viel die kosten, ist ein Pilz, um dich zu erfrischen. Ah, okay. Nee, brauchen wir nicht. Nicht jetzt. Ah. So. Okay, zack. Ach, das sind ja drei. Um Gottes Willen. Das sind ja drei Stück. Verrückt. Hilfe. Räumen wir erstmal einen nach dem anderen aus dem Weg. Ja, ich krieg's auf die Glocke, ist ja klar. Boah. Tritt ins Gesicht. So, Flügel weg. Gumbario gibt dann dem davor noch den Rest. Und dann haben wir noch einen einzigen Gegner. Dann kriegen wir noch mal einen KP abgezogen, aber das macht ja nichts. Dann können wir noch einen Pilz essen. Und dann hat sich das... So, das sind dann neun Sternpunkte, die wir erhalten müssen. Wir rücken dem nächsten Level immer näher. So. Okay, ich esse mal einen Pilz. Wunderbar. Wir sind wieder voll aufgeheilt. Das ist jetzt echt nicht wahr. Wir haben den Pilz schon wieder verschwendet. Schon wieder. Hey, schön langsam. Du. Ja, du. Du verdächtiger Kerl. Keine Bewegung. Ach, du bist Mario. Ich wusste es. Du kannst hier nicht passieren. Herr Großmaul. So lautet der Befehl des Gumba-Königs. Tut mir leid, aber ich... Aber der einzige Weg hier führt an uns Gumba-Brüdern vorbei. Das sind wir. Der rote Gumba und mein Bruder. Der blaue Gumba. Los, schnappen wir ihn, blauer Gumba. Oh yeah. Los geht's, mein roter... äh... rotköpfiger Bruder. Ja. Oh Gott, Hilfe. Ähm. Ja. Äh. Nee. Zack. Ich will mal wissen, wie viel KP die insgesamt haben. Das ist der rote Gumba. Er ist der ältere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. Maximale KP 7, Angriffskraft 1. Verteidigung 0. Der Gumba-König hat ihm befohlen, dich aufzuhalten. Den Kerl schaffst du. Gar kein Problem. Er hat nur ein paar mehr KP als ein normaler Gumba. 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 Mario, wie gefällt dir das? Ja, die tun ja nicht wirklich viel Aua machen. Ähm. Ach, da unten ist sogar die... Oh, da ist eine HP-Leiste. Ach, aber auch nur, weil wir den gescannt hatten. Ah. Jetzt verstehe ich. Der Blau hat nämlich keine. So, den roten mache ich in der nächsten Runde mit der Feuerblume fertig. Eieieieiei. Oh, daneben. Sehr gut. Ach, das gilt für beide? Gut. Sehr gut. Und zack. Ah, sie sind beide tot. Sehr gut. Wir kriegen 20 Sternpunkte dafür. Das hat sich gelohnt, muss ich sagen. Ah. Ich lass mich... Ich lass dich nicht nochmal davon kommen. Ich will auch so eine Sprungfeder. Manu. Gucken wir mal, ob das Herz sich regeneriert hat. Jawohl. Nicht, dass wir diesmal wieder einen Pilz fressen, voll umsonst. Yay. Ah, da ist ein Speicherblock. Ist da vielleicht noch mehr? Nö, nur der Speicherblock. Der ist aber unwichtig für uns. Zumindest im Moment. Ich spiele da noch eine Weile. Da kommen wir bestimmt noch an ein paar anderen vorbei. Ah, da. Das ist ja gar kein Pilz. Boah. Erschreckt der mich hier. So. Weg mit dir. Und der kann auch direkt gehen. Wie sie einfach keine Chance haben. Boah, wir steigen bald im Level auf. Bald steigen wir im Level auf. Was ist das? Zum Schloss des Gumba-Königs. Ja, gehen wir mal da lang. Oh, 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 oh. Ich bin sehr gespannt. Oh Gott, die armen kleinen Gumba-Brüder. Gumba-König, hilf uns. Mario hat uns verdroschen. Wenn da mal nicht eine Falltür in dem Schloss eingebaut ist, muss die gleich durchfallen. Durch ihre Unfähigkeit. Hey, sieh doch, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führt. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Oh. Oh, oh. Wer kommt denn da? Ist das etwa der Gumba-König? Oh Gott. Ist er auf Drogen? Mario, es ist also wahr. Du hast es bis hierher geschafft. Dafür verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter. Weil ich der große und mächtige Gumba-König dafür Sorgen tragen werde, dass dein Abenteuer hier ein jedes Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Ja, du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Wow, dieser Gumba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich. Mario, schnappen wir ihn uns. Bist du bereit für mein Zorn? Das sollst du besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sollen wir das denn schaffen? Mach ihn fertig, Gumba-König. Wir sind bei dir. Überlass sie mir. Hey, Mario. Ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Gumba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Alles klar. Ich versuche es mal mit einem einfachen Sprung. Ah, nee. Der hat zwei. Na, auf jeden Fall haben wir ihn aus dem Weg geräumt schon mal. Jetzt kommt er aber mit seiner Attacke. Okay, die zieht nur eins ab. Sehr gut. Dann sind wir ja safe. So. Alihop. Und jetzt noch die Kopfnuss. Und dann müsste... Nein, falscher Gegner. Ha, das kommt davon. Und wenn man zu schnell A drückt. Aua. Okay, er kann noch eine stärkere Attacke. Okay, kümmere ich mich um den. Und dann... Er kümmert sich um ihn. Und dann müssten wir jetzt eigentlich langsam mal... Oh. Okay, wir haben keine Feuerblume mehr. Wir haben aber einen Pilz. Ah. Ich setze lieber den Powersprung ein. So, vielleicht haben wir ja jetzt schon... Oh Gott, wir haben ihn noch nicht dran gekriegt. Aber er tritt uns nur. Okay. Okay, Sprung. Und eine Kopfnuss. Mann, der müsste doch mal langsam hinüber gehen. Oh, daneben. Sehr gut. Noch ein Sprung. Und noch eine Kopfnuss. Oh ja, geschafft. Boah, wir kriegen 30 Sternpunkte. Level up. Jawohl. Wir steigen auf 15 KP auf und auf 10 Blumenpunkte. Und Ordenpunkte haben wir jetzt 6 Stück. Ah, nee, mussten wir das auswählen. Shit. Ich hab das falsche... Nee, nee, nee. Okay, stört mich nicht. Wie konnte das passieren? Ja, das fragt er sich nicht zurecht. Yeah, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen. Ja, Daumen hoch. Äh, ja, wir müssen jetzt da durch. Und... Ja. Der ist ja immer noch drin. Ha. Seht ihr? Sein Bart wackelt. Gut. In der nächsten Folge geht's weiter. Seid gespannt. Ciao. Ciao.